Der Schalter ist nicht feststellbar, weil es Zeitschalter ist. Selbst wenn du es jetzt richtig gemacht hättest, würdest du jetzt spätestens da dranhören. Geht auch nicht. Ich versuch's nochmal mit der Treppe. Irgendwie muss das doch gehen, die Entwickler... Warte mal, kommen wir denn da hoch? An der Wand? Nein, kommen wir nicht hoch. Nein, kommen wir nicht hoch. Ah, scheiße. Jetzt versuch's nochmal mit der Treppe. Kommen wir nicht hoch. Ich wüsste, dass man etwas dahin schiebt, um da hochzukommen seitlich, dann würde es das klappen. Dann müsste es das klappen, wenn man da jetzt was hinschieben würde. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn du es jetzt höchstens noch versuchen könntest, dich da drüber zu räumen, wenn das wirklich schneller wird. Aber ich glaub nicht, dass du da schneller bist, oder? Weil die Gefahr ist ja auch groß, dass du einfach runterfällst. Ja, deswegen. Die Tore ist jetzt auch leicht. Nein! Ich hab jetzt mal nicht die Kamera gewechselt. Ja. Hätte so grad wahrscheinlich gegen die Wand da unten so unge... Ah ja. Ja. Vielleicht. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt muss es klappen. Einmal in die Spuren. Nein, nicht bei dem guten Controller. So. Ich wünsche mir Glück, dass es jetzt wieder klappt. Ah! Scheiße! Ich glaub, dass ich da drungen gelandet bist. Durch die Tür. Ja. Schalt aktivieren. Und jetzt! Nein, jetzt geht es ja Kack los, wieder mit dem Feuer. Jetzt kommen homeland schalter drauf, leg mich doch ane. aber es gibt es nichts muss doch irgendwie gehen mit neuster technik aus wir haben das recht in die komplett lösung zu gucken ja doch gar nicht ich spiel wie joh rolle ich hab das drückende menschliche eingeben vielleicht hdp von da aus reicht es nicht schade andere idee muss her schade ist wenn ich die pegasus stiefel haben ich irgendetwas womit wir den schalter auch so dran kommen können teleporter bringt uns nichts die grund ist auch nicht ja ich speichere jetzt schon wieder das klappt auch nicht genau so lange obwohl halt wenn ich da hoch springen wenn ich da an der seite springen ich versuche jetzt hier alles aus wenn ich hier hoch springen und dann zur seite ersparen dann doch ich würde mir nichts sparen noch herzlich willkommen haben wir denn noch feen ja zwei stück gut wie vorgespielt ja gehe auf den schalter danke ich weiß noch gar nicht was da oben in der truhe ist was braucht man eigentlich jetzt diese truhe das würde mich mal jetzt interessieren wenn mich eigentlich auch stimmt ist das vielleicht ganz oben ist die truhe ja das ist die master schlüssel vielleicht der nein das ist eine kleine kiste ach so ich versuche es trotzdem nochmal irgendwie muss das ja gehen ach ja den kleinen schlüssel brauchen wir damit eine etage runter die tür öffnen können stimmt ja ich würde schon sagen na ja das wird so schön ich habe es geschafft ich werde ich lesen spielen ich kann auch schon ab der fünften stupe und hier das geht auch noch ich versuche jetzt mit zeit zu sparen als ob der geht es nicht mehr gut das muss irgendwie gehen also go ach ich laufe grundsätzlich an diesem blöden scheitern vorbei so 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 ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft jetzt kannst du weitermachen mit welcher hilfe denn ja ich wusste dass es so geht ich habe keinen bock mehr nein tot leckst du mich leckst du mich am zuckerli das gibt es nicht ich habe ganz schön viel leben gebraucht junge wollte ich nur sagen die haben es geschafft ja du hast mich ja nicht gelassen du hast mich ja nicht gelassen du hast mir das ding ja weggerissen und gesagt irgendwann hast du gesagt mach du mal du hast mir das weggerissen sag ich dir ganz ehrlich ich habe wir haben es auf band du kannst nicht leugnen ich habe das band ja wer schneidet es nochmal an lass uns überlegen ich oh schild hab ich schild bau nicht runter haha er ist unten werf bomben nein nicht legen werfen nein ich lege bomben wie du gesagt hast ja ein problem flipplo feile warum ist das team immer noch an das ist das rätsel mit dem hammer du haust einfach mal an der seite und dann geht alles kaputt das zwar schon ist das war schon geht nicht weiter oh Metters Oh nööööööööööööö阿 nöööööööö er muss die gegner besinnen und kommt sie durch die Tür EMA jaaaa ich weiß Junge Ja, du hast ihn einmal getroffen. Die Bombe kommt zurück. Ey. Jungen. Was hast du erwartet, ey? Ich bin der König. Warte, ich bin ja tot, wenn er mich trifft, ne? Fuck! Haha, Junge hier. Auge in Auge angesichts des Todes. Ja, Junge, da guckst du, wa? Na, Junge. Kein Problem. Für Master Link. Aber die Tür geht nicht auf. Warum geht die Tür nicht auf? Wahrscheinlich muss ich da, warte mal, ich hab die Idee, was ich jetzt machen will. Na klar, was kommt da? Bombe! Hammer! Irgendwo ist noch... Hammer! Auch nicht. Irgendwo ist doch wieder... Ich hätte mit dir das irgendwo einen Schalter auf der Plattform gewählt. Ich wäre einfach nur runtergerannt, keine Angst. Mami. Hm, auch nicht. Ähm, babam, babam, ich hab's gleich, Jungs. Schau mal drauf. Auch nicht. Hallo. Ja. Ich geh jetzt einfach mal außen rum. Lalalala. Ich hör jetzt einfach mal hier oben drauf. Auch nicht. Auch nicht. Das Ding muss man kaputt machen. Das ist mir klar. Ach, ist das zufrieden. Nur noch drei Herzen. Hey. Ich zähl schon runter. Drei, zwei, eins. Tö, 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 tö. Äh, aber es ist zu spät. Ich glaub nicht, dass Leute die Dingke brauchen müssen. Was haben Sie denn? Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht vielleicht... Ich hab's gleich, bitte. Ich hab's gleich, Moment. 5. 3. Ah, ja, hast recht. Hey, ich hab nicht alle Bomben verbraucht. Ich spiel beim Betracken noch zu Röstblut, na cool, Skulltula, Skulltula, Skulltala, Skulltala für die wenige Gruppen. Man, wir sammeln hier voll die goldenen Spinnen. Echt mal? Draufstellen und draufklocken. Abwärts. Oder auch nicht. Ich habe keine andere Wahl. Du hast keine andere Wahl. Es muss hier runtergehen jetzt. Junge, ich weiß, du hast Angst. Nein! Lass ihn doch mal hängen und drücken. Ah. Wo sind jetzt gelandet? Ach, wir sind jetzt da. Guck mal auf der Karte, wo wir noch hin müssen. Deine Karte. Ja, ist ja gut. Schau, das Spiel hat um die Ohren, Junge. Na, das mache ich gleich. Da hinten unten ist noch ein Schatz und da oben ist noch irgendwie hoch. Nein, ich lösch das Spiel gleich. Nein, ich lösch das Spiel gleich. Ich spiele die Hymne der Zeit und dann werden wir ja sehen, wohin die Blöcke verschwinden. Du hast keine Ahnung, ne? Gut, ich auch nicht. Ich wollte es mal ganz cool tun. Ich wollte es mal ganz cool tun. Ach klar. Tja. Aber wie sonst? Wie zum Zehner sprechen? Nein! Warum? Wösch das, was zu schlafen? Ne, ich kann aber mal springen. Toll. Mit dem Hammer in der Hand, immer früh dich zur Arbeit. Ja, was bringt uns das? Ganz einfach. Pass auf, ich zeig's dir. Siehst du? Das hat uns Erfahrung gemacht. Hey, mach nicht so. Dann komm ich doch dahinten, Bruder. Ja, aber wir waren doch dahinten schon. Ja, aber wir müssen durch die Tür da vorne. Ja, durch die Tür. Dann spring über die Ecke. Nein, nein, spiel nicht das Licht, spiel nicht das Licht. Das ist ein verschwitter Block. Nein, verschwitter nicht, jetzt kommt der zweite dahinten. Pass auf. Es passiert nichts, weil du auf dem Block stehst. Noob. Nein, nein, nein. Jetzt sind wir geizroten und tot. Oder auch nicht. Ich muss den ganzen Weg zurückgehen, durch das Labyrinth sogar. Ja, musst du. Was machst du? Nein, du spielst weiter. Ich hab keine Lust mehr. Hallo, beim Waldtempel habe ich auch verzweifelt den einen Raum gesucht. Der Rest aber auch fünfmal gespielt gehabt vorher schon. Nein, hier haben wir einmal gespielt vorher. Mein 3DS-Teil kann ich nämlich überhaupt nicht weiter. Ich hab keine Lust mehr. Franke, ich hasse dich. Franke, ich hasse dich. Warum? Warum? Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Geradeaus. Weg mich. Ne, die war nicht. Ich fühl mich jetzt fünfmal selber auf und dann reicht mir das für heute. Wenn du gleich auf die Uhr guckst, kriegst du sowas von Augen rollen. Weißt du was? Da der oben nicht mehr auf ist mir sowieso egal. Ich guck da jetzt noch. Ach, keine Ahnung. Lächst du noch mal sitzen? Ey, mir ist das aufgesprungen, da ist es scheiße für so ein Video. Miiiuii. Ich denk mal, wenn du nicht mehr auf ist. Ist mir doch egal. Ich zähle bis fünf. 21, 22, 23, 24, 25. Ne, ne, mach auf. Warum wartest du nicht bis zur Kiste? Das ist das Ding. Das ist das Ding unten. Was machst du denn da wieder? Warum? Ich hab keine Lust mehr! Ja, dann sag doch einfach Spieler wechseln! Nein! Dann mach ich den Sest! Kein Bock mehr! Scheiß Spiegel! Brich um! Ich bin nix selbst und gefährlich jetzt! Ab sofort bringt das ich immer selber um! Ich darf nur bis 23 zählen! Lohnt es! Doch ein Blödsinn! Wenn der Kasten unten ist, springst du drauf! Nein, dann komm ich ins Feuer! 21, 22, 23... Wappaaa! Wie so? Guck nicht so! Ja, wir sollten dann gucken! So? Dann wende ich die Aufnahme hier! Und doch, das ist nie passiert! Das ist nie passiert! Haben wir nie aufgenommen! Wir sitzen in Wirklichkeit nicht 4 Stunden dran! Ich will gar nicht wissen, wie lang wir schon aufnehmen! Ich glaub, wenn ich's erfahre, dann... Ach 4 Stunden? Dann ist ja gleich voll! Dann können wir aufhören! Endlich! Wenn's die Kamera vor, dann... Ich hoffe dann nicht! Tschüss und dann war's das für heute! Ich hoffe ja nicht! Dass vielleicht irgendwann die Kamera sagt... Brrrrm! Warum nicht? Ist doch schön! Ja... Kamera Ende! Versetzung folgt! Die Fotze voll! Du weißt, dass ich alles rauspiepen muss, ne? Fotze, 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 Fotze! Will klar! Neine... God's Night! God's Night! God's Night! Resident Evil 2! Mortal Kombat! Mortal Kombat! Genau! Resident Evil 2! Müssen wir die... Fuckeln wieder aktivieren? Die Fuckeln sind doch aktiviert! Nein! Na! Verdammt! Danke, das muntert mich jetzt. Nein, warum zerschlägst du die Kiste? Weil ich keinen Bock mehr auf das Ding gehabt. Ja, dann wechsel Mensch, wenn du keinen Bock mehr hast. Ganz einfach. Ja. Link, he come to town. Come to save, the princess elder. Garnet poker away, now the children don't play. But they will, when Link saves the day. Halleluja!